Frosta jetzt bei 4 Euro und 69 Cent. Kennt ihr alternative Produkte, die sich lohnen bei ähnlichem Geschmack? Echt? Wie schade. Ich hab's gern gekauft, weil's doch irgendwie Qualität und Nachhaltigkeit versprach. Habe auch immer Frosta XXL gekauft. War eine gute Mahlzeit. Aber ist jetzt auch bei 6 Euro, 6 Euro und 50 Cent. Dafür dann nicht mehr. Was von Frosta? Das ist doch der Name des Herstellers. Welches Produkt meinst du? Einfach 1-3 Monate kein Frosta-Gericht mehr kaufen. Markt regelt dann von selbst. Das ist doch der Name.